JFT, just fair and direct. Das ist eine ganz banal aufgebaute Seite. Da gibt es quasi, da kann man Equity-Kurven simulieren, also Gewinnkurven simulieren, anhand von verschiedensten Parametern. So. Schadkapital machen wir jetzt mal, das ist eigentlich egal, 10.000 Euro. Jetzt haben wir Gewinnwahrscheinlichkeit 50%. Da belassen wir es erstmal bei. Gewinnerverlierer, die Gewinner sollten durchschnittlich größer sein, ansonsten gibt es nur Kosten. Wenn ich eine Trefferquote von 50% habe und eben die Gewinner und Verlierer gleich groß sind, verdiene ich kein Geld. Also ich brauche und jetzt braucht man hier auch nicht kommen, das geht um den Durchschnitt. Ich brauche jetzt hier kein durchschnittliches 3 oder 4 zu 1. Ich versuche pro einzelnen Trade natürlich das zu erzielen, aber hier geht es darum, was habe ich am Ende. Durchschnittliche Gewinner zu durchschnittlichen Verlierern und da muss ich auch, die durchschnittlichen Gewinner müssen natürlich größer sein. Aber hier reicht zum Beispiel eine 1,2 locker aus, ganz locker, das ist schon sehr, sehr gut, wenn man dort eben einen positiven Erwartungswert hat. In dem Fall 1,2, können wir mal eingehen, zu 1. Anzahl Trades, die machen wir mal ein bisschen höher, 1.000, dass wir wirklich viele, viele Durchläufe haben, 20. Und dann Risiko pro Trade. Das ist jetzt auch erstmal egal, wie werde ich das Prinzip zeigen. Ich mache ja mal hier die 0,2 und mache mal Simulation starten. So, und jetzt kommt hier erstmal grundlegend, seht ihr, diese schwarze Linie ist die durchschnittliche Kapitalkurve von diesen 20, ja. Und ihr seht erstmal, dass sich sehr, sehr viele mit diesen Parametern, ja, die sind schon sehr gut, die Parameter, muss man jetzt dabei lassen, ne, also wir können gleich mal unten auf die Zahlen gehen. Mir geht es jetzt erstmal grundlegend um das Prinzip, eine Kapitalkurve zum Beispiel nach 10, nee, nach 1.000 Trades, ja, 1.000 Trades. Ihr müsst mal überlegen, ich mache 200 bis 300 im Jahr Trades, ja, und nach 1.000 Trades, also das würde für mich bedeuten, also ich sage mal nach 3 bis 4 Jahren, ja, gibt es sogar eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass ich zwar im Profit liege, aber nur minimalst. Das ist statistisch, mathematisch ist das so, ja. Die meisten Kapitalkurven gehen nach oben, aber man kann eben, das will ich damit sagen, man kann natürlich auch mal eine etwas längere Phase haben, auch wenn man alles richtig macht, ja, die einfach nicht so rosig läuft. Obwohl man einen sehr, sehr guten strategischen Ansatz hat. Und was ich eigentlich euch zeigen will, ihr könnt euch da selbst mal austoben, gebt da mal Parameter ein, aber schaut mal hier unten, maximal folgende Gewinner 13, maximal folgende Verlierer 12. Bam. Das ist etwa gleich groß. Ich persönlich habe manchmal nur Trefferquoten von 25%, 30%. Wir geben jetzt hier mal 35% Trefferquote ein, habe entsprechend dann, machen wir mal 1,5, das sind jetzt keine passenden Parameter, ich will nur mal grundlegend euch das zeigen, dass da Trefferquote 35% kleinere Gewinner dann eben schlussendlich nicht hinhaut. Was ich euch aber hier unten erstmal zeigen will, 24% aufeinanderfolgende Verluste ist statistisch möglich. Da müssen wir unten größer. Das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus, ne? Da könnt ihr eben immer wieder neue Versuche starten, hier geht es ja nur um die Treffer, 26, 20, 23, 24, 16 mal nur, ne? Das hat extrem viele Versuche, aber das ist statistisch, wenn man eine Trefferquote hat, bei mir ist die ja nicht durchschnittlich 35%, ja, ich bin durchschnittlich schon bei fast 50%. Ich will nur mal zeigen, dass man, wenn ich eben mal 100 Trades habe und habe bei den 100 Trades, und das habe ich dieses Jahr gehabt, das erste Halbjahr, aber ich habe bei diesen 100 Trades wirklich dann nur eine Trefferquote von 35%, die ich da hatte, ja, dann ist es da in der Phase wahrscheinlich, oder nicht unwahrscheinlich, dass ich mal 20 Verlierer hintereinander habe. Das muss man erstmal verarbeiten, ja. Ja, davon, da zählen Ausscaler mit dazu, ne, das heißt ja nicht, dass die voll im Risiko landen, ne, darum geht es jetzt auch nicht. Es geht einfach nur, dass ihr das mal seht und mal versteht und, ähm, vor allem auch wirklich realistisch denkt, ja, wenn, ähm, also viele kommen ja zum Trading und sagen, ey, ja, super, ich habe da bei Instagram einen gelesen, der gewinnt nur, ne? Ähm, und, ähm, da muss man natürlich erstmal dreimal überlegen, okay, hm, der gewinnt nur. Ähm, es ist ja ganz gut und schön, ich meine, man muss auch an der Stelle mal sagen, und das, da nehme ich mich nicht raus, ähm, ich zeige schon sehr, sehr viel, wo es auch mal nicht so läuft, ne? Ähm, oder ich zeige das eigentlich komplett, ich bin ja komplett Gläser, ne, ich zeige euch fast jeden Tag, dass es irgendwie nicht läuft, so, ja. Aber wenn ich jetzt mal wirklich nach außen gehe mit Marketing, ähm, weiß ich, jetzt wirklich so die Social Media Kanäle, da würde ich natürlich nicht jeden Tag einen negativen Trade posten, weil da würde man eben, weil es ist ja der erste Eindruck, wenn ich den so negativ darstellen lasse, kommt ja kein Mensch zu mir. Ja, also man muss natürlich im Social Media Bereich oder im Werbung, Werbungsbereich, wenn man auf sich aufmerksam machen möchte, natürlich auch ein bisschen was Besseres zeigen. Ähm, aber wenn das eben zu gut ist, ja, und wenn man dann auch hinter den Kulissen nichts findet, in Webinaren oder so, wo jemand mal über Verluste spricht, dass es eben nach unten geht, dann ist das unseriös, das muss man einfach so hinnehmen. Das ist so. Es ist, es gibt, Börse ist keine Einbahnstraße. Es geht nach oben und nach unten. Und, ähm, wie gesagt, das ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Es gibt eben Phasen, die sind auch nicht so gut. So, und, ähm, wenn man mal wieder dann eben zu, sag ich mal, zu der, in Anführungsstrichen, normaleren Phase kommen, sagen wir mal so 45, einfach nur mal, um nochmal ein bisschen zu spielen, 45 Prozent Trefferwahrscheinlichkeit. Gut, da ist der Gewinner-Verlierer-Verhältnis jetzt ein bisschen too much, ja, aber hier, ne, 12 Verlierer hintereinander, ja, äh, 15 Verlierer hintereinander, ne, das ist alles 17 Verlierer hintereinander, 14, ne, das sind eben ganz viele Durchläufe, und das muss man verstehen, und das ist normal, das ist einfache Statistik, das ist einfache Mathematik, da kann kein Mensch der Welt, kann dagegen vorgehen, der sagt, naja, aber ich bin ja besser als die Statistik, ich bin besser als Mathematik. Nein, das geht nicht. Ähm, man müsste dann, ähm, quasi, gut, das ist jetzt, wie gesagt, hier, äh, ein bisschen too much, dann muss man eben mal aufpassen, wir können das gerne dann eben zum Ende des Jahres mal auslesen, dann, ähm, die genauen Werte, ähm, und, ähm, können wir dann nochmal, ne, mit kleinerem, ähm, Erwartungswert, quasi mit kleinerem Payout, äh, sozusagen das Ganze rechnen, so sieht es auch noch sehr, sehr gut aus, ähm, und jetzt kann man sich das dann natürlich schön rechnen, und viele sagen ja, hey, 90% Trefferquote, ja, ähm, und, ähm, ja, wenn man jetzt mal hier einen 1,5 drin lassen würde, ja, also, dass man sagt, okay, meine Gewinner sind alle 1,5 mal, oder 0,5 mal größer als die Verlierer in dem Fall, also größer, ne, und dann mal auf Simulation starten, da guckt man, was das für eine parabolische Bewegung wäre, ja, wenn man jetzt mal auf dem größter maximaler Drawdown 0,6%, ja, und, ähm, durchschnittliche Performance, 1111%, na, wenn man das hätte, hey, Leute, also, ähm, glaubt mir mal, nach 1000 Trades, durchschnittlich, da kann man ja klicken, was man will, ne, wenn man so eine, so eine exorbitant guten Erwartungswerte hätte, vor allem, also, wenn es einer hätte, der im stillen Kämmerlehen sitzt, naja, selbst das ist unwahrscheinlich, aber, ähm, wenn das alle so hätten, das würde, das würde das System logischerweise nicht funktionieren, also, es muss ja, ne, das ist alles, und 90% Trefferquote, da liegt man dann eben, dann versucht man da irgendwie bei 0, ähm, Moment, ist das jetzt ein Komma, 0,05, irgendwie, das Ganze besser werden zu lassen, also, dass es sowieso Trefferquote ist, na, selbst da ist es noch, ähm, selbst da ist es noch gut, aber ich glaube, das ist jetzt hier, das kann man nicht, oh ja, das ist das immer so, versuchen wir mal, funktioniert das so, naja, immer noch parabolisch nach oben, ja, durch diese Mega-Trefferquote, ne, das ist natürlich das, was man sich wünscht, aber das, was nicht der Realität entspricht, ja, so, also, ihr könnt euch das selbst mal anschauen, ähm, und ich will jetzt wieder zurückkommen zum Markt, ne, das ist Mathematik, das hat jetzt nichts mit dem Markt an sich zu tun, sondern es ist einfach nur für das Hintergrundverständnis, dass man einfach für sich versteht, und ich habe für mich persönlich auch diese, diese Website, die gibt es schon Ewigkeiten, da müssen wir mal gucken, die steht vielleicht sogar unten, also, ich habe die meine, ich, naja, vor 20 Jahren vielleicht noch nicht ganz, aber die gibt es echt schon Ewigkeiten, das ist ja sehr, sehr simpel, ja gut, 2016 ist es jetzt mal aktualisiert, gut, äh, da macht auch keiner mehr großartig was, ja, die gibt es auf jeden Fall schon Weichen, ist ja auch nichts Schwieres, also, ne, und, ähm, ähm, ich habe mir die gerade am Anfang und eben auch im Coaching, ähm, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, einfach auch für euch, wenn ihr in der Drawdown-Phase steckt und denkt, oh Gott, alles ist schlecht, gestern habe ich, ich weiß nicht, ob er mit dabei ist, der Alex jetzt gerade, der mir gestern schrieb, ah, Mensch, ich bin gerade in der Drawdown-Phase und, äh, Mensch, gib mir doch mal den ein oder anderen Tipp, was kann ich denn machen, das ist natürlich schwierig, ne, ähm, klar, er hat mir da so ein paar Screenshots geschickt und ich sehe dann seine Trades, aber was, da kann ich ja auch nichts großartig daraus ablesen, man könnte erahnen, was vielleicht, er sagt es selber, er schafft es, die Gewinne nicht laufen zu lassen, ähm, das, was will man jetzt da, sage ich mal, über, über, über so ein paar Text-Messages an, an Tipps und Tricks geben, ne, denn man, man kann nur mit jemandem dann zusammenarbeiten, den ins Coaching nehmen und sagen, okay, pass auf, äh, äh, man, man, man arbeitet wirklich zusammen, man guckt, wo liegen die Probleme und, und man kann, wie soll das sonst gehen mit, mit so ein paar Nachrichten, aber das ist ein Punkt, den ich dann gerne zeige, Mensch, einfach fürs Verständnis, nehmt es euch mal hin, ähm, und versucht da entsprechend, äh, mal daran zu denken, dass das so ist, gerade in Phasen, wo es nicht so läuft, ähm, und, ähm, entsprechend dann daraus kann man dann eben auch ein, ein, ein Risk-Management machen, ne, wenn ich da weiß, okay, ähm, zwölf, dreizehn, fufzehn Trades ist erstmal normal, ja, dann, dann heißt es natürlich nicht, dass ich nachts zwei Trades da exorbitantes Risiko rausnehmen muss, ne, oder sollte meine Strategie von vornherein so aufbauen, dass ich ganz normal, eben auch mal zwölfmal, dreizehnmal hintereinander verlieren kann, das ist natürlich, das sind die Worst-Case-Situation, ne, und, ähm, man hat natürlich, ähm, wenn man das Ganze als, als, als solches von den, von diesen Verlusten nimmt, ne, wenn man mal hier, ähm, quasi so ein, so ein, so ein, so ein, so, das ist die Null-Linie, ja, ähm, und dann hat man natürlich die ganzen Verluste hier irgendwie, ne, die, die sind alle klein und alle überschaubar, ne, die sind der Reduzier-, also Risikomanagement, ja, ähm, und, ähm, man hat natürlich zwischendurch, ne, wenn man mal die ganzen Verluste erstmal einzeichnet, man hat irgendwie logischerweise immer ganz viele Verluste irgendwie, zack, 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 so, und dann gibt's natürlich, also diese zwölf oder fünf, je nachdem, was man da generell für eine Trefferquote hat, das ist natürlich das Worst-Case. Zwischendurch gibt's natürlich dann eben bis zum nächsten Gewinner, da gibt's mal, da gibt's mal drei Verluste hintereinander, ja, dann gibt's mal nur einen Verlust vielleicht, ja, dann gibt's mal, also eins, zwei, drei, vier, fünf, dann gibt's mal fünf, dann kommt vielleicht auch wirklich dann mal ein guter Trade, dann gibt's mal wieder drei Verluste hintereinander, dann auf einmal kommt so eine Drawdown-Phase wirklich dann mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und dann kommt erst wieder ein guter Trade, ja, ähm, so kann das aussehen, ne, wäre in dem Fall jetzt eben höchstwahrscheinlich dann, je nachdem, ne, man, es kann auch hier, es reicht ein richtig guter Trade aus, der wirklich sitzt, der, der lange läuft, der selbst solch eine Verteilung, ähm, ins Positive bringen kann, ne, das, darauf zieh ich ab, aber höchstwahrscheinlich ist das jetzt erstmal hier so eine leicht fallende Kapitalkurve mit zwischendurch dann eben immer mal so, naja, müsste man eigentlich so zeichnen, aber die, die, diese Gewinner würden höchstwahrscheinlich nie ausreichen, um die Verluste rauszuholen, weil es ist trotzdem, wenn man das eben schaut, ne, so eine, das, darauf zieh ich ab, so eine leicht fallende Kapitalkurve und dann irgendwann, ähm, zack, kommt dann so ein Schuss nach oben und man hat, äh, eine Phase, die vielleicht über zwei Wochen lief, ja, dann eben auch wieder wettgemacht, ne, so, und darauf zieh ich ab, so, und, ähm, wenn man da heute Morgen die Range zum Beispiel, es war nicht mein Gedanke, aber ich weiß, ob du Feedback bekommen, der eine oder andere hat im Prinzip auch gekauft, ähm, der hat jetzt zum Beispiel so einen Läufer, ne, hier unten der Break unter diese Tagestiefs, beziehungsweise ob diese untere Kante drauf, den eben per Trigger gekauft hat, kleines Risiko, zack, ist man jetzt long, bin halt nicht long, ne, an anderen Märkten läuft das dann eben mal, das haben wir ja häufig genug schon gezeigt, und, ähm, so müsst, also, nicht, ihr müsst das nicht machen, aber so gehe ich heran, ne, und Andreas ähnlich, ne, der hat auch viele kleine Verluste und versucht eben auch natürlich die Gewinner größer werden zu lassen und eben auch mal den einen oder anderen Trade auch wirklich mal ordentlich laufen zu lassen, ne, so. JFT, just fair and direct.